So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück und heute geht es gegen City, Manchester City. Ja, aber jetzt mal in Flutlicht. Genau. So, City. Genau, City, die englische Mannschaft. Konnte stark, spielstark. Wir sind eigentlich in allen Belangen stark. Ja, schon. Aber wir können ja auch ein bisschen was. Richtig. Oh, der könnte. Ah, der war ja nicht so geil. Oh. Hat er uns ausgesteigen lassen. Ey, nein. Nein. Okay, wir machen das immer recht einfach. Nicht spielen bis zu 25 Meter und danach sprinten die gar nicht mehr, dann können die sich besser bewegen. Das muss vielleicht auch mal so machen einfach. Ja. Und da müssen rumtänseln, Hacke-Spitze, so ein bisschen bewegen und fertig. Das war's. Aber nervt mich, die liegen wieder zurück, ey. Ja. Und wieder wollen wir, müssen wir an Rückstand in der Herren. Echt? Ja, hier, der macht gar nicht viel. Ding, ding, ding. Gut, dann ignoriere ich die Sprint-Taste jetzt auch mal. Äh. Boah, was bitte? Oh, was weiß ich denn denn hin? Ja. Ja, genau. Ja, genau. Das kann er nicht einspielen können. Oh, Mann. Ich stehe noch von einem gut. Ja. Vielleicht sollten wir mal auf City um wechseln. Ja, ich bin. Vielleicht. Oh. Der war gut. Ah, der war nicht gut. Aber ich weiß die auch nicht, warum er den so mit der Hacke spielt. Meine. Oh, das ist gerade wieder so eine, Gott sei Dank. Ja, so Hacke, Spitze und Beine bewegen immer bitte, reicht schon. Ui. Ui. Der Kommentator hat. Ja. Ui. War das ein knappes Ding. Ui. Oh, du Superheld. ... Oh, Traum. Aber oben wollte ich werwe. Schade. Oh, das ist das nicht. Einen Moment. Schade. Oh, ich bin ein bisschen fünft. Wunderschade. Oh. Oh. Ah, das ist ein bisschen fünft. Oh, das ist ein bisschen fünft. Oh, der ist ein bisschen gefährlich. Ich bin ein bisschen gefährlich. Ich hab nicht mehr, was ich hier vor berechtet kann. ja weiß mir diese angeschnitten schüsse ach ja freut euch ein held ja gut dann würde ich sagen machen wir in der nächsten folge einfach auch mal mit city probieren ja ich glaube wir können nichts mehr verlieren ja gut stimmt ich glaube die die saison ist gelaufen war schön dass wir da waren ja in der zweiten liga wir kommen wieder keine frage genau das wäre schön wenn es immer so zwischen liga 3 und 2 so auf und ab geht wie sonst immer bei drei und vier hoch runter runter wäre schon mal was dann in fifa 19 dann liga 1 so fern ist in der liga 19 gibt ja gibt es auch so wenn ich hier und wieder gerüchte ja schon ich habe auch gar keinen bock zu spielen ehrlich also nicht wir aber die spieler hier ja ja schon schade schade warum geht nicht zum ball du sollst zum ball dabei kommt nicht zu dir wie du kannst verteidigen wie du willst du kriegst sie nicht du kriegst eh nicht jedoch einer ja genau ja richtig der jetzt noch eingehen müssen ehrlich das spiel so gefeiert wieder ja sicher abbrechen bevor sie außerordnet oder lass uns die halbzeit noch durchziehen wieder treffen wir ein wenigstens einmal das tor nein derzeit schon mit angst ob sein controller nee aber und man ja oder wir zerpflücken jetzt einfach mal ja sicher komplett weiter würde man ja der nütze und bei uns natürlich nicht aber jeder macht dass ich sagen so ja leute haben es gesehen haben sie echt bis zum ende durchgehen und da noch eine hatte ich gerade habe ich gerade fiel kommen ich bin mal kurz genau ok so kriegen wir das auch um wenn die wieder alle mal gesperrt werden er war ein traum jawohl und die nächste der julian wieder ja ja auch so frei ich verstehe das gar nicht abseits sowas von sogar sagen aber was war das sind bitte verabschieds Kilometer ja leute ihr für trainer war wollte ich das anziehen weil sie selber lernen wollen schicken mal kannst du auch mal kannst du den orientieren ja schicken ich weiß gar nicht wie geil ist das sind genau dein freu ja wohl wie dich jetzt gibt es ein strahl das sollte einer werden hier und er bleibt natürlich am bei ja so das ist der rumkrieg wenn ich die gräste steht wieder auf und dann steht er vor mir was ist das ist das ist das ist das ist ja 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 ich mache ich bin da wo er sie selber vorgelegt schade der weigel er macht ja auch nicht so offen weil wir so offensichtlich spiel gerne sein das kann schon möglich sein wir hatten fünf schüsse so schlecht sei die letzten 20 nun gar nicht auswählen nach dem 30 nach dem abbrechen heute ist der lieben liebes auf einmal machen wir machen wir es so ein bisschen viel ja sobald die das 40 dann ist aus dem reichert erländer aufstellung nach mir kann jetzt kannst du nicht mehr jetzt ist zu late so na gut dann viertor in 45 minuten nichts was wir noch nicht geschafft hätten vielleicht haben die auch irgendwie den stromausfall und dann wird das spiel von den bänden das war natürlich aus der aus der zugegeben wir da jetzt 33 raushauen wir zu viel immer ich sagte immer richtig ein deutsch immer richtig immer richtig genau spüren rücken selbst da ging man nicht rein es ist nicht zu fassen ja leute man die ausdauer haben hier ja manche die war echt auch wieder traum ja dort man glaube ich weiß ich die wollen einfach nicht diesen kapitel die sind für liga 3 top und für liga 4 auch aber für liga 2 reicht es einfach nicht glaube ich ja ich weiß nicht was was da verkehrt ist spiel wirklich so schlecht oder das also zwischendurch gibt es ja mal nicht blicke aber anscheinend schon oder zum beispiel aber gut und aber zu spät ja super tic tac tic tac jetzt kommt dass wir untergefügt möglich welt war ein dicker konter hier von allerfeinsten eigentlich alle bei der grätschen ja alles schöne schon mal getze raus raus stimmen ja alles rein alle alles ist die so sagt konnte hier geht's auf geht's hier sieht einfach nur so gerne so man denkt zu konto kämpfen schnell geht und dann dieser dieser weite wird von dirki die der herr gucken kannst das hat einfach so gepasst ja kreuz krabbelte auf dem boden rum verletzt jetzt mache ich reinkommen 28 meter keine ahnung ach schade ich hab mich falsch geschossen gerade ist tut mir sehr leid ich möchte noch mal wiederholung die mauer ist zu früh raus gelaufen erledigt es geht nicht das geht so nicht ich glaube wir können ja heute noch 30 mal in diesem spiel aufs zoll schießen wir kriegen die mauer von der ein net und ins pelg wird jetzt wirklich das spiel aber kurz ich komme zu dir dann für uns ja mit die genau ich habe mal jede pause angemeldet so wie er sich dahin gelegt hat was für ein spagant und jetzt gelb vielleicht geben wir jetzt auf genau das verbindungsproblem aus unerklärlichen gründen genau ich schneide bei denen also ja ich meine die nse hört dazu vielleicht können die irgendwas regeln es wäre nett von euch wenn ihr genau was machen könnt wir sind auch ganz liebe leute wir sowieso also das schnellsystem ist nur noch mal ein dann hier weil irgendwie kann ich weiß ich gar nicht so wird jetzt passen hier ja so jetzt hier ab der riege die denken sich bestimmt auch das ging die immer noch nicht auf aufbaugegner ja jetzt machen sie es naja hauptsache die werden sie heute noch einig jawohl wirklich klassisches gewesen dein ernst habe ich auch mit der bitte macht sich mit dem achte mit ihr wollt pro 10 pro 10 ja er war sorry die sind einer der wenigen die die haben und das ist scheinbar durchziehen ja auch wenn es acht steht was soll der scheiß trotzdem machen wir weiter wo ich schon gesagt aber das war aufhören aber nein wir haben durchgezogen eben darauf kommt es an ich stärke zeigen wir sind nicht so auf den niger 2 dann nehmen wir auch jede minute wird die wir haben richtig außer beim 500 okay ja gut guck mal ich die live keiner was macht ihr denn die arbeiten stehen so ein scheiß ich sage die streiken alle ja genau und die jeder abprall er geht auch wieder zum gegner das ist so das was mich am meisten hier aufregt gewinnt zwei kämpfe eigentlich und nein wenn sie hat und leidig so jetzt ihre erinnern mit dem ist im platz ja ja natürlich dahin das war das war ja ein lupa auch wir sind gar nichts mitte ja wunderbar wie hätte die moment heute aus spaß jetzt den glückwunsch wenn das spiel wunderbar aber gut dem alles wird gerissen in zweiter also seit der 30 minuten gut erst klar wobei nach dem 30 waren wir dann einigermaßen ja schon da kommen wir dann wenn er so was jetzt muss man jedes spiel gewinnen ja dann wird zeit für menschen und das ist